Wie... Ähm... Stimmt hier was nicht? Ähm, mit unserem... Hm. Warte. Hab ich schon was? Unsere Sachen, die er Query alle abbaut, fliegen hier rum. Weil die Kisten teilweise schon... Hä? Bitte, was hast du getan? Mein Jetpack war leer. Mein Jetpack war leer. Hilf. Ach man, warum muss mir das immer passieren? Weiß nicht. Hallo, hier soll nix mehr raus, Kollege. Ja, das ist kapiert. Aufhol... ...GTF, aber ich glaub ich hab nix verloren, weil ich rechtzeitig am richtigen Ort war. Hm. Schmerzt ein, Nikolait, schau mal. Machst du noch ein Nikolaites? Nikolaites? Oh, das ist ein 30, das gefällt mir doch. Ich hab noch nie in Ihren Kanal entstanden. WTF. genommen hast du viel press aus dem ofen genommen ja ich hab bitte her damit ja her damit hier wo denn sammelst du auf oder nicht hier hast du 20 weil ich 20 habe alle aus dem ofen ja 4 4 6 jetzt schon geht noch nicht erst wenn die sonne hinter dem hügel ist wir haben ja genaue ausrichtung auf die sonne decolite und silber in gold mal gucken ob er innen gehen will meine freunde meine friends ok er leckt ein bisschen user in your channel time handy ja gut du bist nicht timeouted nein kannst du pennen wenn's ich möchte mal wissen ob der pennen gehen will lass mal nix schreiben mal gucken ob davon automatisch pennen geht würde mich mal interessieren oder ob er schreibt habe ich nicht verzehrt ein bisschen seinen charakter erforschen warte ich brauch sechs ich brauch ne 5 Ja, er geht pennen. Warte, ich will nur noch... Ach, scheiß drauf, ich brauche noch ein paar mehr. Warte, er fragt jetzt bestimmt pennen, genau. Robert. Ja. Robert, ja. Was brennst du gerade? Ach, Blue Alloy. Warum machst du das nicht auf zwei Furnaces? Weil ich keinen Preis mehr brauche und deswegen... Nur das brenne erstmal, was ich nur brauche. Ja, aber trotzdem, wenn das auf beide verteilt, geht es schneller. Egal. Wie gesagt, ich brenne erstmal das, was ich brauche und dann kann ich den Rest immer noch brennen. Nein, kannst du gar nicht. So, ich kippe noch zwei Stück. Ja, reicht erstmal so. So. Allstone Gears. Gears habe ich noch. Die reichen, aber nicht. Jeweils zwei und sechs mal zwei sind zwölf. Ich brauche nochmal... Ich brauche Sticks und Stone. Stone habe ich, ich brauche nur Sticks. Haben wir noch irgendwo Sticks? Äh, Sticks. Da müsste ich gucken. Boah, ich nehme ich wieder neue mache. Mach mal neue, wir haben keine mehr. Doch, hier ein Stack. Drei? Ja, ja, gibt ja. Du oder du ein Crafting Table. Du ein Crafting Table, bitte. Ich habe mein Inventar voll. Wo? In welchen? Hier in dem ersten. Warte, ich nehme alles raus hier. Ja, das wäre nice. Die Crafting Table kannst du mit rausnehmen. So. Ja, so. Danke. Ja. Tim kann hier hin. Zack, zack, zack. Äh, Tim, das kann man brennen noch. Silver Inwards. Silver Inwards. Copper Cable kann hier noch rein. Wenn ich habe, ich bin dem Press ein bisschen verzählt. Naja, habe ich auch übelst verzählt. Läuft YOLO, Swag. Ich habe mich gerade mal presst, nur für die Gears gemacht. ETF, da eine Fan da. Solche Leute würde ich direkt kicken. Ja, drei Copper. Brauche ich noch was. Drecks zwölf. Face Kick. Noch mal. Ah, drei. Neuen Copper. Neuen Copper. Drei Tin. Ah, drei. Ah, fail. Man sollte manchmal auch Tin nehmen und nicht Iron, oder? Manchmal, ja. Manchmal, ja, manchmal, nein. Hast du gerade sortiert? Ja. Mach ich immer, wenn ich von einem vollen Stack rausnehme. Außersehen. Dann sortiere ich erst wieder und dann passt das wieder. Gut. So, Jujo Meta kann ich hier noch reintun. Hier kann ich brennen. Brauchst du ein Brick? Nein, zur Zeit nicht. Aber du kannst aus den Bricks mal Zegelsteine machen. Also, Brickstone, weißt du ja wie, vier Stück, einfach, in der Ecke und... Ja, ich wollte sie jetzt nicht unbedingt im Inventar, aber egal. Sorry, geht nicht anders. Hau nochmal Clay in den Ofen. Wenn er irgendwo... der Ofen frei ist. Ich brauche das. Ich habe eine Querie im Inventar. Ja, ja, ich weiß. Brauchen wir die, oder kann ich die wegwerfen? Nein, tu sie in die Truhe. Die Maschinentruhe, ja, ne? Ja, ja, sowieso. Boah, wer hat die so verunstaltet? Wen? Die, äh, Gerätekiste. Keine Ahnung. Iron in God 6... Du hast die in den Arsch gemacht. 36 Iron... Andy, warum hast du die in den Arsch gemacht? Ich brauche erst mal 36 Iron... Warum hast du die in den Arsch gemacht, Andy? War ich nicht. So? Nein. So? Ich habe da nur was alles in die... Plastikschutz war ich nicht. Factory Machine Block war ich nicht. Ja, aber die brauchen wir alle für die Sachen. Für Maschinen und da kommen ja auch irgendwie die Sachen... Ja, aber kommen nur Maschinen rein. Oder mach da ein Update, äh, Upgrade für... Das auf... Das sieht aber dann immer noch hässlich aus. Dann muss ich erst mal mein Inventar jetzt irgendwie leer räumen. Dann... Dann... Dann...